Kannst du... Kannst du mir mal ein Huni mit denen? Oh, das... Das... Guck mal, das ist Weiner. Ich find' ihn schön, kann ich... Jetzt gib' ihn zurück! Danke. Sans, du fauler Knochen! Natürlich komm' ich zurück und du machst absolut gar nichts! Ich mach grad Pause! Und außerdem, wusstest du... Sans, du machst schon Pause seit geschlagenen 3 Stunden! Wir können... Ich bin der Band beigetreten! Warte mal, welches sind somit ich spiele? Sans? Sans? Wo hast du das überhaupt gefunden? Wir können uns keine... Äh... Sag es? Sag es? Sag es? Wir können uns keine Knochräte leisten! BITTE SENS! Ich hab ne Frage für dich. Willst du viel schlechte Zeit haben? Oh Gott, das wird jetzt richtig ekel. Die nächsten 24 Stunden werden richtig ekel für dich! Ich werd' dich immer weiter foltern! Ne Zeit für biiiich! Seht aus, hättest du ne schlechte Zeit! Hm, das sieht aber genauso aus, hm? So heiß! Meine Beine sind so heiß! Heißer geht das doch gar nicht! Viel mehr als... Hä? Geht damit aus... WOOOOOAH! So! Du bist der Mensch! Warum? Oh mein Gott, Sans! Du kannst doch nicht einfach Menschen fragen, warum sie Menschen sind! Warum denn nicht? Na weil... Können wir kurz Zeit für uns halten? Ihr wisst schon, dass ich Augen hab, oder? Sie sind genau unter meinen Augenbrauen! Hey! Ich find dich richtig cool! Ich mag mich wirklich sehr! Vielleicht sollten wir mal ausgehen oder so? So cool! So cool! So cool! So cool! Sans, was machst du da schon wieder? So cool! Sans! So cool! So cool! Sans! So cool! So cool! So cool! So cool! So cool!